Der Feind hat den Kontrollpunkt Charlie eingenommen. Wir haben den Kontrollpunkt Bravo erobert. Lies der Position halten! Der Feind nimmt den Kontrollpunkt Bravo ein. Der Feind hat den Kontrollpunkt Bravo erobert. Körner, wir müssen diesen Punkt halten! Körner, wir müssen diesen Punkt halten! UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Wir haben die Kontrapunkteile hier oben. Wir haben die Kontrapunkteile. Wir haben alle Kontrollpute erobert. Haltet sie! Wir haben alle Kontrollpute erobert. Der Gegner hat die Hälfte seiner Verstärkung verloren. Gut gemacht, Jungs. Der Kontrollpunkt Charlie ist verloren. Der Kontrollpunkt Charlie ist die Hälfte der Hälfte der Hälfte der Hälfte. Der Feind hat den Kontrollpunkt Bravo eingenommen. Der Kontrollpunkt Charlie gehört uns. Der Kontrollpunktolo 80 Kontrollpunkt Bravo gehört uns. Weiter so. Sie wollen sich zurückziehen. Wir haben den Kontrollpunkt Charlie verloren. Er sieht den Urzasein. Auf und weg hoch! Was ist das? Der Kontrollbumpfravo ist verloren. Der Kontrollbumpfravo ist. Der Kontrollbumpfravo ist.